Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Denkmal-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich, denn ihr habt zu Teil 2 der Anti-Psychiatrie-Bewegungs-Folge eingeschaltet unter der Rubrik Denke, Gelehrte und Gurus, von denen ihr mal gehört haben solltet, könntet, müsstet, dürftet, wolltet. Und wie immer werde ich jetzt erstmal eine kleine Einordnung geben, sowohl zum geschichtlichen Kontext wie auch zur Person. Und dann anschließend David Rosenheims Kernaussage vorstellen und seine Experimente, die er gemacht hat. Und ja, dann noch anschließend ein paar Gedanken vielleicht von mir dazu sagen. Und long story short, das soll es dann gewesen sein. Viel Spaß dabei. Genau, erstmal wieder zur Einordnung. Warum will ich denn überhaupt was zu David Rosenheim sagen? Also, ich habe ja letzte Folge schon Ronald D. Lang vorgestellt. Ich habe auch das Buch für Divided Self kurz erwähnt, also das geteilte Selbst. Und da hat Ronald D. Lang damals schon erstmals die Familie als Quelle psychischer Störungen, wie zum Beispiel Schizophrenie, definiert. Das war auch dann so mit der Anfang dessen, was man vielleicht heute als Trauma-Forschung bezeichnen könnte. Er hat also damals schon festgestellt, ja, Trauma oder möglicherweise psychische Störungen können aus der Familie auch stammen. Aber auch unter anderem natürlich Kultur und Gesellschaft. Später dann, 1961, also ein Jahr später, haben Zickler und Phillips dann entdeckt, dass es sehr, sehr große Schnittmengen bei psychiatrischen Erkrankungen gibt. Ja, das ist auch etwas, wozu ich später in der Folge noch ein bisschen mehr sagen möchte. Und 1967 hat David Cooper den Begriff Antipsychiatrie geprägt als sozusagen Resümee vielleicht schon, was in den 1960er Jahren sich eigentlich für eine Entwicklung aufgetan hat rund um Ronald D. Lang und natürlich auch David Rosenheim. Genau, jetzt zur Person, wer war denn David Rosenheim? David Rosenheim, geboren 1932, gelebt bis 2012, also noch bis vor zehn Jahren, war ein amerikanischer Psychologe, der am Yeshiva College in New York promoviert hat, hat sich dann spezialisiert auf klinische und Sozialpsychologie und 1957 bis 1970 hat er in Princeton als Professor später dann in Stanford gearbeitet, in Stanford sogar 30 Jahre lang. Und was vielleicht an ihm noch besonders war, er hat sich auch viele Jahre für Rechte von Psychiatrie-Patienten eingesetzt und die Trial Analysis Group gegründet. Wer wissen will, was das ist, kann ja einfach mal die Folge stoppen und googeln. Ich muss ja hier nicht alles vorkauen. Genau. So, was hat David Rosenheim geleistet? Was war seine Kernaussage? Also, Rosenheim hat gesagt, Prämisse, da es exakte Klassifizierungen wie ICD und DSM gibt, jetzt sogar 2022 wurde das ICD-11 veröffentlicht, also das neue diagnostische Handbuch für Erkrankungen, dann müssten Psychiater auch in der Lage sein, Gesunde von Kranken zu unterscheiden. Also, logische Prämisse, wenn es exakte Klassifizierungen darüber gibt, wer krank ist, dann müssten Psychiater auch eigentlich in der Lage sein, Kranke zu erkennen und zu unterscheiden von Gesunde. Und jetzt hat Rosenheim zwei Experimente gemacht, zwei sehr wichtige Experimente, um zu beweisen, dass dem nicht so ist. Da ist dann am Ende bei rausgekommen, das kann ich jetzt auch schon, ich kann also auch schon die Konklusion jetzt gerne nennen. In psychiatrischen Kliniken wird nicht zuverlässig zwischen Gesunden und Kranken unterschieden und psychiatrische Diagnosen sind nicht objektiv. Also auch das, was Lang schon gesagt hat, es hängt sozusagen immer vielleicht so ein bisschen doch an der Subjektivität des Psychiaters, was natürlich auch zum Vorteil genutzt werden kann. Aber hier, gerade bei den Experimenten, die Rosenhahn gemacht hat, zeigt sich ganz eindeutig auch, dass die subjektive Komponente limitierend ist. Also, genau, wie in der vorherigen Folge ich auch ausgeführt habe, haben in den 1960er Jahren Antipsychiater die Glaubenssätze der Psychiatrie ziemlich stark infrage gestellt. Das galt dann insbesondere auch für das Bild des kranken Menschen und, ja, zum Beispiel auch die Bedürfnisse des Patienten. Und David Rosenhahn, was an ihm eben besonders war, er hat diese Glaubenssätze der Psychiatrieverfechter ad absurdum geführt, durch eben seine zwei Experimente. Und diese beiden Experimente möchte ich jetzt vorstellen. Das erste Experiment hat er 1973 durchgeführt, das war ein Feldversuch. Und, ja, wie gesagt, er hat als Prämisse vorausgesetzt, laut Rosenhahn kann die Psychiatrie Gesunde nicht von Kranken unterscheiden. Und um diese Hypothese zu beweisen, hat Rosenhahn dann eine Patientengruppe aus acht Personen zusammengestellt. Also, Patientengruppe in Anführungsstriche, sie waren alle psychisch gesund, verschiedenen Alters und verschiedenen Geschlechts und verschiedene Berufe. Und sie sollten sich dann bei einer Psychiatrie melden, um einen Termin bitten und angeben, eine Stimme zu hören. Und dabei sollten sie auch noch bestimmte Wörter benutzen, wie leer und plopp, also dass sie sich leer fühlen, zum Beispiel. Und ansonsten aber die Wahrheit sagen über ihre eigene Biografie. Und das Interessante dabei war, obwohl sie alle gesund waren, wurde bei allen acht Schizophrenie diagnostiziert, in allen verschiedenen Psychiatrien, wo gefragt wurde. Und das, obwohl sie keine Symptome zeigten. Also, sie haben kein wirres Gerede gehabt, sie haben keine Paranoia gehabt oder Sonstiges. Sie haben einfach nur gesagt, eine Stimme zu hören und, ja, bestimmte Wörter benutzt. Und schon wurden sie als Schizophrener diagnostiziert. Und dann sind sie in der Folge 19 Tage in der Klinik geblieben, im Durchschnitt. Und haben sich da auch völlig normal verhalten, also das, wie sie sich immer im Alltag verhalten haben. Aber selbst das normale Verhalten, was sie in der Klinik angeführt haben, wie sie sich verhalten haben eben, wurde als anormales Verhalten gewertet. Also, zum Beispiel Tagebuchschreiben. Sie haben ein Tagebuch da geschrieben und dann haben die Klinikmitarbeiter oder die Psychiatriemitarbeiter das als pathologisches Schreibverhalten notiert. Muss man sich mal vorstellen. Ganz normaler Akt eigentlich, den viele, viele Menschen machen, der dann einfach als, ja, psychisch krank abgestempelt wurde. Und viele, die da eingewiesen wurden, haben dann das auch wirklich als so eine Erfahrung der Depersonalisation beschrieben. Weil, ja, sie irgendwie gar keinen sozialen Kontakt so richtig hatten. Die Mitarbeiter haben sich nicht so richtig um sie gekümmert. Nur so sieben Minuten durchschnittlich am Tag. Und das Lustige war, dass die Mitarbeiter sie nach wie vor psychisch krank gehalten haben. Aber die Mitarbeiter, sorry, nicht die Mitarbeiter, die Mitinsassen sozusagen, die Mitpsychiatrieinsassen, die haben erkannt, dass sie psychisch gesund sind. Ist ja eigentlich völlig paradox, wo man erstmal sagen müsste, wie kann das denn sein, dass eigentlich ein geschultes Personal, ja, das so viel über Psychologie und Medizin gelernt hat, dann am Ende einen psychisch gesunden Menschen nur wegen eines Handbuches am Ende als krank abstempelt. Und sich eigentlich auch für alles andere nicht interessiert. Also, die haben sich nicht dafür interessiert, ob die gesund sind oder nicht. Die hätten ja schon an Tag zwei oder drei feststellen können, hey, ich habe es hier mit einem völlig normalen Menschen zu tun. Genau, das war das erste Experiment, wo, als ich das gelesen habe, ich mir dachte, Wahnsinn. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es heute auch immer noch so ist. Man sieht es ja vielleicht auch an den Hausärzten, die sich ja auch im Durchschnitt zehn Minuten am Tag für ihre Patienten Zeit nehmen. Und dieses System, die Psychiatrie, aber natürlich auch viele andere Bereiche des Gesundheitssystems sind inzwischen so auf Ökonomie getrimmt, dass einfach das Subjektive völlig ausbleibt. Ja, das war das erste Experiment. Das zweite Experiment hat den schönen Titel Pseudopatienten. Und Rosenhahn hat Beschäftigten eines Lehr- und Forschungskrankenhauses angekündigt, dass sich bei ihnen in den nächsten Monaten Pseudopatienten versuchen würden einzuschleichen. Und die wussten auch alle von dem Experiment, was er vorher gemacht hat, also von seinem Feldversuch 1973. Und das Personal sollte jetzt also überprüfen, ob sich Pseudopatienten in den nächsten Monaten einschleichen. Und von 193 in den nächsten Monaten neu aufgenommenen Patienten oder Menschen, die Anträge gestellt haben, Termine gemacht haben, wurden 41 von diesen 193, 41 wurden von mindestens einem Mitarbeiter verdächtigt, ein Pseudopatient zu sein. Und 23 wurden in Anführungsstrichen erkannt. Also auf jeden Fall, da hat der Psychiater gesagt, also hätte wirklich seine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass das ein Pseudopatient war. Und jetzt das Lustige wiederum, es war kein einziger Pseudopatient. Also wirklich alle Menschen, die da hingegangen sind, waren wirklich psychisch krank. Und nur weil Rosenhahn sozusagen den Verdacht gelegt hat, es könnte so sein, dass da welche nicht psychisch krank sind, haben die Menschen mehr darauf geachtet und waren eher skeptischer dem gegenüber, kein richtiger Patient zu sein. Das ist natürlich sowohl vorteilhaft als auch nachteilhaft sein kann. Also dadurch nimmt man sich ja vielleicht auch mehr Zeit in dem jeweiligen Gespräch, guckt genauer hin. Ist der Mensch denn wirklich psychisch krank? Braucht er überhaupt eine Behandlung? Braucht er auch eine medikamentöse Behandlung? Weil das war ja auch damals noch so und ist heute noch vielfach so, dass Menschen dann auch, wenn sie krank sind, oder auch wenn sie nicht krank sind in psychiatrischen Einrichtungen, einfach Medikamente vorsorglich bekommen. Sedativer, also Beruhigungsmittel oder Antidepressiva. Und ja, also muss man sich mal vorstellen, sowohl in die eine Richtung wie auch in die andere Richtung hat man festgestellt, dass psychiatrische Diagnosen eigentlich nicht wirklich präzise sind. Und das ist auch wirklich, also nachgewiesen, das ist seriöse Forschung. Und nachdem Rosenhahn das dann veröffentlicht hat, haben auch viele psychiatrische Einrichtungen angekündigt, dass sie ihre Standards verbessern wollen und haben es, haben viele dann natürlich auch gemacht. Aber das, das Outcome sozusagen bleibt natürlich dasselbe. Also wie stellt man eine exakte Diagnose? Wie kann man feststellen, dass ein Mensch Hilfe braucht? Auch eine sehr aktuelle Frage. Wie kann ein Mensch, wie kann man feststellen, dass ein Mensch, der jetzt durch die sozialen Umstände jetzt gerade während der Covid-19-Pandemie beeinträchtigt ist? Wie kann man feststellen, dass der Hilfe braucht? Und es gibt jetzt auch gerade relativ aktuelle Entwicklungen, die sich auch noch mal so ein bisschen fortsetzen. Die Entwicklungen heißen die Psychorevolution oder Revolutionen und sind vielleicht so eine Fortsetzung von der Antipsychiatriebewegung. Und ich packe euch einfach mal ein paar, zwei Links dazu, auch in die Beschreibung. Ich habe ja schon erwähnt, entweder diese oder letzte Folge, dass das neue Handbuch für Diagnosen der WHO veröffentlicht wurde, jetzt am 1. Januar 2022. Und das Interessante ist, dass da jetzt keine spezifischen Persönlichkeitsstörungen mehr drin sind. Also es wird jetzt nicht mehr nach paranoider oder nach anderer schizophrener Störung unterschieden, weil zum Beispiel bestimmte Kritiker wie Professorin Barbette Renneberg von der FU Berlin sich gegen dieses Schubladen in der Medizin eingesetzt haben. Also diese Entwicklung geht ja jetzt schon sehr lange. Und man versucht jetzt neuerdings Menschen nicht mehr so starre in eine bestimmte Kategorie hineinzustecken und zu sagen, das ist ein Mensch, der ist paranoid oder das ist ein Mensch, der hört Stimmen oder das ist ein Mensch, der möglicherweise dissoziiert. Aber das muss natürlich auch nicht vorteilhaft sein. Also so wird vielleicht dieses Krankheitsbild noch ein bisschen diffuser, als es sowieso schon war. Also was will man mit einem Krankheitsbild von einer seelischen Störung anfangen? Das kann ja wirklich alles sein. Jede psychische Störung ist ja auch irgendwo eine seelische Störung, eine seelische Spaltung vielleicht auch sogar, dass da irgendwas nicht mehr im Lot ist. Wobei ich natürlich auch sehr vorsichtig bin, grundsätzlich Kranke von gesunden Menschen abzukapseln und zu unterscheiden. Weil das Interessante ist ja, wie man auch die Definition von verrückt sein oder psychisch krank setzt. Also Albert Einstein hat ja zum Beispiel in Bezug auf das Verrücktsein gesagt, verrückt sein ist immer wieder dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und nach dieser Definition könnte man sagen, ja, also unsere ganze Gesellschaft ist psychisch krank oder verrückt, weil wir immer wieder mit Lockdowns versuchen, Infektionszahlen einzudämmen, die wir einfach nicht eindämmen können. Auch das ist ja schon verrückt. Also ist jetzt deshalb die ganze Gesellschaft krank oder wo setzt man da sozusagen an? Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man schon natürlich auch genau über sich selber wissen möchte, was man denn jetzt eigentlich hat. Der Patient hat ja auch ein Bedürfnis, sich gegenüber und anderen gegenüber aufzeigen zu können, was mit ihm falsch ist. Wenn der Patient keine Gewissheit hat, was denn eigentlich mit ihm los ist, das ist bei körperlichen Erkrankungen natürlich genauso. Wenn man Schmerz hat, dann möchte man wissen, wo der herkommt. Und wenn man das nicht weiß, dann wird man daran verrückt, weil man das Gefühl hat, man kann nichts dagegen tun. Und wenn man zumindest schon mal bestimmte Diagnosen hat, wie zum Beispiel Angststörungen, kann eine Exposition dagegen helfen, also dass man sich den Ängsten stellt. Also das heißt, man hat da zumindest schon mal einen Ansatz, wie man sich dagegen, in Anführungsstrichen, wehren kann. Auch wenn es ja meiner Meinung nach kein Kampf sein sollte bei der psychischen Störung, sondern immer eine Integration dessen, was bisher noch nicht integriert wurde. Ja, und deshalb, diese aktuellen Entwicklungen sind gerade ziemlich interessant, weil es jetzt im ICD-10 immerhin kein oder weniger ab diesen oder jenen Symptomen ist, ein Patient krank gibt. Auch relativ interessant in diese Richtung ist vielleicht noch eine Studie von 2019 von Alsop et al. Also Forscher von der Manchester Universität, glaube ich, die konkludiert haben, dass zum einen natürlich jetzt ein Mensch, der so viele verschiedene Symptome hat, kann natürlich auch eine ganz andere Erkrankung haben. Das ist natürlich das eine, aber zum anderen, wenn man jetzt so einen fest vorgegebenen Katalog hat und sich mit bestimmten Dingen, mit bestimmten Diagnosen assoziiert, identifiziert, dann schaut man möglicherweise gar nicht mehr in die Erinnerung, die vielleicht dafür verantwortlich ist, dass man jetzt so leidet, sondern man schaut die ganze Zeit nur darauf, was hat man eigentlich. Also nicht mehr dieses Ursachendenken, sondern vielleicht nur noch darauf, was ist das Verhalten, was ich jetzt gerade an den Tag lege. Und ja, auch das kann natürlich zu einer Gefahr werden dabei. Außerdem sagen sie noch, dass Diagnosen von Psychologen eigentlich wenig über den Patienten erzählen und Aussagen, ihn sogar teilweise stigmatisieren. Also es geht in die eine Richtung wie auch in die andere. Es kann zum einen dem Patienten Gewissheit geben, zum anderen kann es ihn natürlich auch stigmatisieren. Also im gesellschaftlichen Raum herrscht ja auch immer noch das Problem vor, dass psychisch kranke Menschen eher gemieden werden, wenn man darüber weiß, dass jemand psychisch krank ist, was ich persönlich auch sehr schade finde, weil diese Menschen sind ja nicht kaputt oder so. Das ist ja jetzt nicht so, als ob du zu einem Bazar gehen würdest und dann, wenn man es mal so metaphorisch darstellen möchte oder zum Markt geht und es sich nur mit kaputten Waren zu tun hat bei diesen Menschen, sondern es sind auch lebendige Menschen, die einfach nur auch ein Problem haben, was sich sehr stark manifestiert hat in ihrem Leben. Und jeder Mensch hat Probleme. Der eine kann es vielleicht besser bewältigen, der andere schlechter. Aber deswegen sollten Menschen eben nicht in eine Schublade gesteckt werden, nicht gemieden werden und Sonstiges. Auch das ist noch ein großes Problem, was angegangen werden muss. Und deshalb ist es vielleicht ein richtiger Schritt, ein bisschen mehr von den Diagnosen wegzukommen, die ja doch letztendlich ausschlaggebend sind dafür, ob ein Mensch als krank oder gesund definiert wird. Gerade auch natürlich in den Psychiatrien. Vielleicht hast du ja eine alternative Idee, wie man Menschen besser als krank oder gesund identifizieren und definieren kann. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über deine Rückmeldung freuen und hoffe, dir hat meine aktuelle Folge gefallen. Wie immer, wenn es dir gefällt, sag es mir gerne über meine Webseite, die E-Mail oder meines sozialen Medien. Und sei gespannt auf die nächste Folge. Ich hoffe, dir hat Teil 2 gefallen von der Anti-Psychiatrie-Bewegung. Wenn du etwas mehr darüber erfahren möchtest, schau doch gerne mal in die Beschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao.